Was als fröhlicher Wochenendausflug begann, endet in einem grausamen Horror-Trippel. Denn jemand spielt ein tödliches Spiel. Macht, dass ihr herauskommt, sonst kann euch nicht mal euer Zahnarzt identifizieren. Ein verdammt tödliches Spiel. Bist du verrückt? Dann willst du ja nicht etwa aussteigen. Schau dich doch mal um, hier ist alles vor der Fallen. Irgendwo ist das Jagdhaus, wie in Severance. Glaubst du, dass an den Geschichten von Jim etwas dran ist? Ach, natürlich nicht. Das ist doch alles bloß kranke Scheiße, die kranken Köpfen entsprungen. Was ist so ein Wunsch hier? Er ist ein Jäger, ein Jäger auf der Suche nach Beute. Ladies? Und du bist das Opfer. Hilflos. Unschuldig. Allein. Ängstlich. Er kann deine Angst förmlich riechen. Er ist dir auf den Fersen. Irgendwo in deiner Nähe lauert er im Hintergrund. Er schleicht sich an dich heran, wartet geduldig auf den richtigen Augenblick. Wenn du es am wenigsten erwartest. Habe ich euch. Fonomanie. Reift er dich. Die Macher von Lock the Doors präsentieren euch dieses Jahr ihren neuen Film Fonomanie. Den zwanghaften Drang zu töten. Vertraust du deinen Freunden?